Hallo und herzlich willkommen meine Damen und Herren auf dem Channel auf dem Nixosis und den keiner kennt. Vorderkamera und Hintermikrofon, euer René. Herzlich willkommen zu Landwirtschaft Simulator 17 Sosno Cover Map. Und wir sind hier komplett mitten im Stiegeln. Ja wohl, so eine schnelle Begrüßung hatte ich noch nie gemacht. Wir sind hier mitten im Stiegeln. Ihr seht genau da weiter, wo die letzte aufgehört hat. Und wir sind schon fast fertig hier mit dieser Feldbearbeitung. Dann kann das ja nur noch sprießen. Kann es vor sich hin wachsen und wir brauchen nichts mehr tun. Ist das schön. Oh ja. Oh Baby, gib's mir. Aus den Powers, ne? Ich hoffe, ich krieg keine Schwierigkeiten, wenn ich aus den Powers noch mach, ne? Oder ist das alles lizenziert gewesen, ne? Äh, keine Ahnung, ich hab nix Ahnung, ich nix Wissen. Ich nur ein dufer Idiot. Genauso wie ich beim letzten Mal schon gedacht hatte, äh, wir könnten dieses Feld schon grubbern gehen. Aber, äh, ja. Jetzt stehen wir dort mit dem C-Tor, mit dem Kober und wir können noch nix grubbern. Nix da zum grubbern. Keine Öl-Rettig-Wertig. So, aber wir sind hier jetzt fertig mit den Städeln. Den können wir einklappen und verstauen gehen. Bis zum Nix-Molben. So. Das Ganze gehen wir jetzt einmal verstauen. Ohne, dass wir gegen einen Baum krachen. Bitte. 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 Nein, ihr wollt bestimmt sehen, wie ich da rückwärts reinfahre. So, bitteschön. Habt ihr gesehen jetzt hier, ne? So. Planungen. Ich hab gesagt, wir brauchen eventuell weiße Traktoren. Der ist auf jeden Fall zu, zu PS schwach. Was gibt's denn sonst noch von C-Tor? Da hätten wir den hier. Mit 117 PS. Den mit 127 PS haben wir. Gibt's da sonst noch eine T-Tor? KC-I-H oder wie das heißt, ist übrigens eine amerikanische Marke. J-C-B ist eine englische Marke. Habe ich nachgeforscht. Lamborghini ist natürlich italienisch. Steyr ist österreichisch. New Holland ist, äh, Baum. Wart mal. War das niederländisch oder, äh, oder auch englisch? Deutsch ist auf jeden Fall eine deutsche Marke. Massey Ferguson ist eine amerikanische. Ist ja nicht schlecht zu wissen. Aber C-Tor gibt es da keinen anderen, keinen größeren. Da bleibt es mir nichts anderes über, als dass ich entweder sag, ich gehe auf einen New Holland. Und, also, von dem C-Tor da ausgehend, der hat 127 PS, entweder auf einen Deutz, eine amerikanische Marke KSIH. Einen Fendt, würde ich nicht nehmen, 110 PS, äh, 143, Valtra, habe ich ja den einen, das ist auch der stärkste, äh, Valtra, Samesame oder so, ne, 166. Das wäre eine Marke, die wir, äh, in, äh, Amerika drüben gut anbringen könnten, ne? Massey Ferguson. Wir könnten natürlich aber auch, äh, auf, in den englischen Satteln hier im Osten. Warum nicht? Aber ich würde ja schon fast sagen, wir würden, äh, eher so auf Deutsch oder Österreich bleiben. Wobei Österreich mit dem Steier, mit dem hier mit 288 PS erst wieder daherkommt, weil der andere Steier, der da, äh, der hat nur 99 PS. Und der hat, ist natürlich nicht. Da fällt mir ein, äh, äh, den Steier, ich glaube, ich habe einen Steier drüben, äh, äh, im anderen PS, äh, im Art und LS, ne? Schalte ich den vielleicht austauschen, ne? Naja, wir können ja schauen, ne? Ich würde eher vorschlagen, äh, wir machen folgendes. Wir gehen jetzt hier mal zu dem C-Tor und lassen hier mal kurz die Zeit vorspulen, dass wir hier mal dann gleich einmal anfangen können zum, äh, grubbern, damit ihr hier auch noch was anderes seht, außer meine, äh, blöden Gedanken hier, ne? Oh, das könnte ja jetzt dauern. Also, das Licht geht hinten und vorne zwar an, ne? Das sieht man hier, ne? Sehr schön. Aber wenn ich das Arbeitslicht vorne noch mit einschalte, passiert gar nichts. Ich kann nicht das Licht genauso lassen. Oh, pfff. Wird jedenfalls eine interessante Geschichte werden, ne? Noch interessanter ist, äh, dass hier die Bremslichter Irgendwie, äh, oder die Rücklichter Irgendwie, äh, andere Seite Herüben sind, ne? Häh? Und das ist das vom Eingeklappten Zustand, oder Ausgeklappten Zustand, ja, ne? Das könnte ja gut möglich sein. Die Räder kommen ja nach unten hin, ne? Ja, genau. Die Räder sind unten. Ah, und das... Okay. Kreditzahlen sind, aber, äh, Betriebskosten, Fahrzeuge, Tierhaltungskosten, äh, super. Schöne Abrechnung bekommen, dankeschön. Und? Ah! Tja, tut, äh, Zeit, gut, äh, so. Jetzt kann man ja starten, loslegen, ne? Und das Ganze hier mit dem Helfer. Bitteschön. Und bitte aus. Der vergisst mir hier wieder die Hälfte. Ja. Ich muss den Helfer hier kurz neu positionieren, so. So, bitteschön, jetzt aber. Und jetzt bitteschön, schön sauber machen. So, hier geht's mir noch weiter, bitte. Dankeschön. Ja, also, wie gesagt, wir können hier, äh, auch ganz gerne, äh, ja, noch ein bisschen in die Planungen reingehen. Was könnten wir machen, wie könnten wir das machen? Wir könnten jetzt zum Beispiel hier mal auch kurz reinschauen, äh, in unser Menü hier, äh, auf, äh, unsere Tierchen, auf unsere Schweine. Wir haben 22 Schweine, das heißt, äh, ein Schwein wurde schon geboren. Ja, ja, 91, 91 prozentige Produktivität, äh, Sauberkeit bei 54 Prozent. Das heißt, wir müssen, äh, dort einmal, äh, sauber machen können, wieder einmal, ne? Ja, aber das würde ich sagen, äh, machen wir lieber mal untertags hier, ne? Untertags ist es besser zum Saubermachen. Ja, Wasser ist noch genug vorhanden, äh, Mais ist noch genug und so weiter und so fort. Passt, passt, passt. Äh, ja, das schaut gar nicht mal so schlecht aus. Äh, was halt noch, äh, schön wäre, äh, Schäfchen und Kühe, ne? Äh, wobei die Schafe, die werden nicht so viel, äh, Arbeit machen, als wie Kühe und, äh, Schweine, ne? Also, ja, ich würde sagen, äh, ja, die Schafe könnten wir als nächstes hier in Angriff nehmen, äh, dass wir hier, äh, einen Schwein, äh, einen Schafsbestand auch noch haben, ne? Also, braucht ihr nur Heu oder Gras und Wasser und Saubermüssen sind, ne? Ja, ansonsten, finanziell mäßig, wenn ich mir hier das Ganze so vorschau, äh, also anschauen, ja, hm. Äh, ah, gut, Spielvorbereitung war das hier, ne? Äh, Fahrzeugübersicht, das Bötchen, die Preise, ja, mehr oder weniger, ne? Und dann hier natürlich die Kartenübersicht, wobei, was habe ich denn da jetzt angebohrt? Da habe ich Sojabohnen und da habe ich den Raps. Und hier kommt dann, äh, der Mais, der Körnermais. Das ist dieses hier, ne? Und, äh, Fahrzeugmäßig habe ich hier alles Notwendige, mhm. Und, die hier hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern, genauso wie die hier. Das ist sehr schön. Nur der Gruber hat natürlich keine... Der Gruber ist natürlich ein bisschen klein. Das ist hier, oder? Ne. Ist das der Gruber? Ja, Gruber. Ja, okay, ne, hat er eigentlich auch 6 Meter. Hm, okay. Also, ich habe nicht mal ein Bienenhaus. Wieso habe ich noch kein Bienenhaus? Hallo, Heulager? Wozu brauche ich hier ein Heulager? Lagermöglichkeiten für Heu und Stroh? Heulager? Da kann ich Heu und Stroh lagern? Wozu habe ich das dann irgendwo abgeschüttet? Hier ist die Spinchenhäuschen, naja, er kostet 20.000, ne? Eigentlich ein teures Bienenhaus, ne? Er gibt aber 25 Euro pro Stunde. Bei 20.000 Kosten? Ja. Masanenergie, Windkraftanlage. Wozu gibt es die Picknickhüte? Ah, die gibt es dazu, Dekoration. Super. Höter-Schopern. Bill Hütsch. Ja, da gibt es ja einige Mängel, ne? Aber ich würde sagen, meine Damen und Herren, ihr seht mich beim nächsten Mal wieder. Du hör mal auf. Beim nächsten Mal werden wir hier, äh, Go-Bahn fertig machen. Wir werden die Zeit wieder vordrehen lassen. Na, äh, Go-Bahn fertig machen. Mais anbauen. Zeit vorlaufen lassen. Und dann könnten wir schon in die Ernte einsteigen. In die Ernte von, von Raps und, von den, Soja-Bohnen. Bis dahin wünsche ich ein schönes Wochenende. Ihr seht mich nächste Woche mit Landwirtschaftssimulator 17, Sosnau Cover Map, wieder am Mittwoch. Davor gibt es morgen noch den Euro-Track-Simulator 2. Und, ähm, Sonntag gibt es noch Landwirtschaftssimulator 17 mit der Goldkästen-Valley Map um 20 Uhr zur Primetime. Und, äh, am Montag die nächste Folge von Project Heirais. Bis dahin, ja, bis dahin allem, ja, ne, ciao.